Chris Hülsbeck ist den meisten Commodore-Fans ein Begriff. Seine Musik ist in unzähligen Computerspielen zu finden. Letztes Jahr hat er eine CD aus seinem Patreon-Projekt veröffentlicht. Und dieses Jahr gibt es die nächste, Dressed to Chill. Auch ein Soundtrack von Chris und Fabian Del Prior zum Spiel Tiny Thor ist als CD erschienen. Aber nicht nur der Turrican-Musik-Komponist hat musikalische Neuigkeiten. Tim Wright, den viele auch unter dem Namen Cold Storage kennen und insbesondere mit der Musik vom Computerspiel Lemmings verbinden, hat eine Neuauflage seines legendären Wipeout-Albums. Zwar sind Vinyl und Co. schon ausverkauft, aber das hindert euch ja nicht daran, für den persönlichen Gebrauch mal euren CD-Brenner zu entstauben und eine Sicherheitskopie zu erstellen, die man dann im Auto hören kann oder so. Wäre unter Umständen aber auch ein schönes digitales Geschenk für Menschen, die man nicht jeden Tag sehen kann. Über Bandcamp findet ihr dazu alle Infos, die ihr braucht. Doch genug geredet, jetzt gibt es ein paar Impressionen auf die Ohren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.